Ich dachte, du bist nicht in Skabel geworden, oder von der Marse in Jerusalm? Ja, ich dachte, ich bin in Skabel geworden, das sag ich schon. Aber was macht man nicht in Bissung von diesem Jummi von Jerusalm, was zum Gewehren gut war, das war's in Kolhe, in Kulle? Nun hat man es gemacht. Na, ist, da geht man zu dem Sie-Mark-Lowey, weil nun hat man es gemacht, jeder und sei da, und da ist es, heint euch da. Das war gerechnet, als Sie nachher gesucht haben, die Zeitgeber sich gesehen, die sind nirgends nicht in den Mund geworden, haben gemacht, das ist immer die Spärte Döcke. Auf Nuschmi gewesen, ein größer, Sie haben Seder Nuschmi von Schleim, ich wäre sehr größer, so ein bisschen. Mit der Schuhe da sind wir, ja, der Erleuerhof hat geändigt, dann sind wir... Mit der Harderen? Ja, der Harderen, in Deutschland. Da konnte ich zwar hier auf Nasser, aber nicht nur, das ist der Karte, das war's auch nicht mehr, aber da müssen Sie sich sicher machen. Sie fragen, dass die Gmöre sagt, dass es nicht ein Schuhe von mir ist, dass es so schön ist, dass es so ein Schleim, 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 aber... Nun, das war's nicht so ein Schleim. Dann haben wir gesagt, was tut mir dazu, was ich gewähnt bin, ich hab ja bald gesagt, weil das so schön ist. Hat es so geschah, ich fragte, hier hat man nichts mehr. Ich hab mir vorerst gesagt, wenn ich zu Ihnen in den Pfunderen, also das nächste Mal, als ich bin in den Armin Götter, bei Martin Thede, ich bin ein Pissum, ich bin in den Meilen. Ich dachte, hat es so geschah. Ist damit mach recognize bis zum Mesee. Ich hab viel damit zusammenklebe, ich war im Rieb im Israel, was ich da mal Dapen trachten und ich mach das leider nur mal wegschicken, weil das dann nicht so kann ich nicht in den Armin Götter. Aber Martin Thede, ich bin in den Rieb im Götter, noch ich bin in den Norsheim, noch ich bin in Tafel, noch ich bin in Edelard, noch ich bin nach Kovei yitter, noch ich war mal bonne. Ich bin alles, was mir gekonnt. Ich bin bei Jan in den Armin. Nicht das ist die Dapfen am Wollein, bis jetzt auch nicht in den Rass. Und das war so, dass ich mich in der Kirche bin. Der Raschbeer bringt ihn auch schon, was ihm fassen muss. Ja, auch passend zu suchen. Aber ich frage mich, wie ich sage, in der Medine, in diesem Mann habe ich mir gedacht, dass der Leben nicht mehr zu sehen ist. In der Medine, in der Medine, Da gibt es ein Feld, da gibt es ein Pirsum, es ist nicht so, wenn es ein Feld verschiebt. Das ist von dem Inhoge, was ich trau, weil ich brauche, wenn ich für die Amerikaner von Pirsum ließe mich. Ich habe gesagt, ich habe gewonnen, dass es nicht mehr von der Kaminion ist. Und dann steht das in der Sache, was ich bei Pirsum in den Wurzeln gemacht habe, kein Recht.